Einmischen für uns in den USA, in Washington DC, heißt einen Dialog mit Partnerinnen und Partnern in den USA zu führen, wie wir gemeinsam die Welt demokratischer, gerechter, nachhaltiger und friedlicher gestalten können. Auch und gerade in Zeiten der Regierung von Donald Trump ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir den Dialogfaden und Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, sondern mit Partnerinnen und Partnern, die unsere Werte teilen, den Dialog verstärken und fortführen. Das machen wir, indem wir uns zu Fragen austauschen von Migrationspolitik, wie gestalten wir Diversität in unseren Einwanderungsgesellschaften. Das machen wir zu Fragen von Ökologie, wie können wir die Energiewende auf beiden Seiten des Atlantiks vorantreiben, um zu einer nachhaltigen Weltordnung beizutragen. Wir diskutieren über Klimapolitik global und die Verantwortung der USA, aber auch Europas, zu einer fairen, gerechten internationalen Klimaordnung. Wir sprechen über internationale Wirtschaftsfragen und die Verschiebung von Verhältnissen hin zu neuen Playern, zu neuen Mächten in Asien in diesem Bereich. Und wir reden über außensicherheitspolitische Fragen und gemeinsame Herausforderungen, die wir teilen. Das machen wir mit viel Leidenschaft. Es kommt auf unsere Arbeit auch mit an in diesen Zeiten, denn dieser Dialog ist heute wichtiger denn je.